Die Paten ist eine private Initiative, die sich zur Aufgabe gemacht hat, regelmäßige Spendenaktionen zu organisieren und durchzuführen. Sie demonstrieren damit ihr Engagement gegen die immer noch tödlich verlaufene Krankheit Aids und ihre Solidarität gegenüber HIV-Infizierten. Im Vorfeld der Aktion wurden Spenden für zwei Projekte gesammelt, die sich um HIV und Aids-Probleme kümmern. Aber auch während der Demo wurde gesammelt. Ich finde die Paten ist eine sehr gute Aktion. Es geht zu 100% an Aids-Spende, an die hier eine vierte Aktion. Und von daher unterstütze ich das natürlich sehr gerne. Also wir haben heute unterwegs, also auf dem Weg hierher, haben wir gesammelt noch ein bisschen Gelder. Das machen wir eigentlich das ganze Jahr über, dass wir Gelder sammeln für Aids-Projekte. Und ich finde es eigentlich wichtig, dass eben auch Organisationen unterstützt werden in dem Bereich, die sonst nicht so viel Geld erkriegen. Also es gibt ja welche, die kriegen immer durch große Spendenaktionen relativ viel Geld. Und zwar es reicht immer hinten und vorne nicht, aber es gibt ganz viele kleine, irgendwie so wie die Aids-Sorg oder so, die wirklich auf Spenden angewiesen sind. Und ich finde das wichtig, dass man da auch was macht. Und dass so wenig Teilnehmer da sind, das ist immer ein bisschen ärgerlich, auch ein bisschen traurig. Aber ich glaube, das wird es im nächsten Jahr auch geben. Gesammelt wurden in diesem Jahr 5.111,11 Euro. Diese gehen mit 4.261,11 Euro an Hein & Fiete, die damit Präventionsarbeit leisten werden. Und 850 Euro an das Lotsenhaus von Hamburg Leuchtfeuer. Zum Netzwerk von Hamburg Leuchtfeuer gehören das bekannte Hospiz, die psychosoziale Betreuung von Menschen mit HIV und Aids und seit drei Jahren auch das Lotsenhaus. Jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben. Es bietet Menschen Raum und Zeit für Abschied, Trauer und Gedenken. Zu den wichtigsten Aufgaben im Lotsenhaus gehört es, Menschen zu unterstützen, die sich in der Situation des Trauerns und Abschiednehmens befinden. Mein Name ist Leo Wormkau, ich bin Trauerbegleiterin und Bildungsreferentin hier im Lotsenhaus von Hamburg Leuchtfeuer. Das heißt, ich betreue die Menschen, die trauern in Einzelbegleitung und in Gruppen und kümmere mich um die Veranstaltungsangebote hier im Haus und biete selber Workshops und Seminare an. Die Trauergruppe für schwule Männer haben wir ins Leben gerufen, weil wir immer wieder merken, schwule Männer haben natürlich mit den gleichen widersprüchlichen Gefühlen zu kämpfen und haben einen schweren Verlust, mit dem sie erstmal einen Weg finden müssen. Durch gesellschaftliche Ausgrenzung, durch rechtliche Bestimmungen, teilweise auch durch die eigene Lebenswelt, gibt es aber für schwule Männer immer nochmal eine besondere Situation. In der Gesellschaft, in der wir heute leben, sind trauernde Menschen kaum sichtbar. Trauerflor, schwarze Kleidung, das ist kein eindeutiges Erkennungsmerkmal mehr und da macht auch die schwul-lesbische Szene keinen Unterschied. Und dass es ein Versuch ist, da einen Raum zu schaffen, wo man mit seiner Trauer gut sein kann, wo man einen eigenen Ausdruck finden kann für Trauer und wo man auch in einer Lebenszeit, die von großen Gefühlsschwankungen geprägt ist, in einem Netzwerk getragen ist, was unterstützt. Der frühzeitige Umgang mit Trauer und Abschied, um diese Themen in das Leben zu integrieren, ist ein Ziel des Lotsenhauses. Es ermutigt Menschen, ihren Weg im Umgang mit Verlust zu finden und unterstützt und stärkt sie, das eigene Leben wieder ins Lot zu bringen. Und das zum Beispiel durch offene Sprechzeiten, Einzelberatung, Trauerbegleitung, Krisengespräche, Gesprächsforen und Workshops. Die hauptamtlich und ehrenamtlich arbeitenden Lotsen bieten sich als Begleitende auf diesem Weg an und stärken und ermutigen Menschen, die sich in diesem Prozess des Abschieds und des Gedenkens befinden. Ich glaube, ich würde mir an vielen Stellen von allen Beteiligten, also da kann ich mich gar nicht ausnehmen, wünschen, dass wir alle, die wir mit trauernden Menschen zu tun haben, vielleicht als erstes unsere Augen und unser Herz öffnen und alle guten Ratschläge und alle Verhaltensregeln und alle Vorstellungen, wie man zu trauern hat, einfach mal über Bord kippen. Im Gegensatz zu allem, was man hier draußen spüren kann, ist die Atmosphäre im Lotsenhaus vom Hamburg-Leuchtfeuer ruhig. Das ist das, was sich in meinem Gedächtnis festgebrannt hat. Trotzdem wirkt es nicht traurig, sondern man fühlt sich geborgen. Sehr wichtig für alle, die Abschied nehmen möchten in den Räumlichkeiten des Lotsenhauses. Diese Geborgenheit, die man spüren kann, die wird ausgestrahlt, unter anderem auch durch die professionellen Mitarbeiter, die im Lotsenhaus beschäftigt sind. Deshalb ist es so wichtig, an Veranstaltungen wie dem Walk4Money teilzunehmen, denn nur so können Organisationen wie das Lotsenhaus und das Hamburg-Leuchtfeuer insgesamt finanziert werden. und das ist so wichtig, an Veranstaltungen wie dem Walk4Money teilzunehmen.